Pokémon, gotta catch em all with me I know it's my destiny Pokémon, oh, you're my best friend Hey Leute, willkommen zurück zu Nexamon Ich hoffe, euch hat das neue Intro gefallen Schreibt es mir in die Kommentare, vielleicht, ich bin gespannt Und ja, diese Folge werden wir mindestens drei Nexamon entwickeln Und zwar unsere Schlange, unseren Fuchs, wie ihr hier seht Und unsere Elektro-Kätzchen Die entwickeln sich alle beim nächsten Level, also 16, 16 und 14 Und das werden wir uns heute ansehen natürlich Und wir gehen jetzt rein zum nächsten Arena-Leiter Zum Aufseher Ich bin gespannt Der Part trainiert, ich bin bereit Nehme ich auf? Ich nehme auf Hallo? Was ist das Problem? Es ist verschwunden, die Nachricht Das war der Dieb vorher, ist klar Das war der Dieb einfach Ja, es hat immer geklaut Der Dieb haben wir ja gesehen Der Verdächtige von vorhin, ja klar Wir wussten nicht, dass man es klauen will Ne, er sah gar nicht nur ein Dieb aus Okay, wir müssen das Gerät finden Ein weiterer Rückschlag Wir müssen der Stadt nach Hinweisen suchen Oh, joi, 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 joi Du willst trotzdem gegen ihn kämpfen? Scheiße Oh, ich wollte gegen ihn kämpfen, Leute Ich soll mir diese blöden Nachricht jetzt finden Und eine Quest Du hast den Dieb doch gesehen, oder? Nein, das ist nicht Okay Oh Gott, den jetzt finden Boah In der Stadt nach Hinweisen So muss da, der drei Jahre Ist der Typ zufällig hier oben? Nichts Neues Ich klicke mal ein schnitt durch Nö, gar nichts Ich werde auf jeden Fall trotzdem Die drei Nächsten und Tücheln Wenn wir sie hinweise nicht schnell finden Dann entwickeln wir erst mal Nächsten Er schläft hier Okay, sagt uns auch nichts Wo sollen wir jetzt Hinweise finden? Wo sollen wir hinweisen? Was ist die Stadt genau? Ist das die Stadt gemeint? Ne, bitte hier rumlaufen Ich glaube ich, dass hier was ist Ja, die Dame da unten, maybe Die bis hier so rumläuft So, ihre Na, komm her Hm, netter Aufseher Nö, auch nicht Oh Gott Schau mal den Typ jetzt finden Hey, der war vorher nicht da Der war vorher nicht da Hallo Du bist es wieder So wirkt es ist eilig Wir wurden bestohlen Ja, das dingt vom Aufseher Wie kannst du uns bitte helfen? Hat einen verdächtigen Mann gesehen Sehr schön Wo ist er hin? In die Berghöhle im Westen Ah, dann werden wir zurück zur Höhle Ah Ah Hat eine Scheiße Aber wir können das Item jetzt hier endlich holen Das war nie zugänglich Ein Brandheiler Wow Also wir sind für die Berghöhle im Westen Da war man ja schon mal In der vorletzten Folge Die Höhle der Nexomon Da geht es nochmal hin Unterwegs Werden wir jetzt absichtlich gegen Nexomon kämpfen Um unsere zu entwickeln One Hit Oh, ein Kampf noch Da entwickelt sich die Schlange schon Leute, seid ihr ready für die Entwicklung unserer Schlange? Ich auf jeden Fall Ich habe mich nicht gespoilert Ich weiß nicht, wie die Entwicklungen aussehen Und so weiter Level 16 Die erste Entwicklung dieser Folge Wie gesagt, es kommen noch zwei weitere Also bleibt gespannt Ich bin echt gespannt, was draus wird Ich habe keine Ahnung Oh, das ist meine größere Schlange Größere Drache Das wird ein Shenlong Komm, 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 komm Komm, 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 komm Schneller, schneller, schneller Oh Okay, das ist echt cool Tempestra Der ist echt nicht schlecht Er sieht cool aus Der sieht echt cool aus Oh Ein Wind besonders Sehr schnell, aber es tauschen wir Nehmen wir das nächste entwickeln Wir gucken noch mal kurz in den Pokédex sozusagen Und schauen, wann es sich das nächste Mal entwickelt Wenn es so ist wie ein Pokémon dann circa über Level 30 Das bei finden hier Das ist ein bisschen schwieriger Es gibt hier keinen Suchen, wenn ich das richtig sehe Das macht es ganz ein bisschen schwieriger Na, wo ist er denn? Wo ist unser Drache Da Entwickelt sich auf Level 32 Ja, ist wie ein Pokémon Sehr schön Sehr schön Die erste Mal entwickelt Jetzt haben wir noch ein Kämpfchen Da gehen wir weiter Da wollte ich gleich alle auf einmal entwickeln Oh, erlebt noch die Sau Dann habe ich übrigens auch schon gefangen Rechts, das seht ihr Oben bei dem Nexomon Da ist das Zeichen obendrauf Der Ball in Rot Das haben wir schon gefangen Oh, der ist auch kurz vor dem Level up Ein Kampf noch und dann entwickelt sich das zweite Nexomon Aber das wollen wir jetzt erstmal nicht Geh ein Stück weiter Das ist Bryce Er ist Spezialagent Mehr darf uns nicht erzählen Oh, wir haben es erraten Es hat was mit dem Nexomon zu tun Vielleicht Wir müssen uns beilen Die Höhle ist nicht mehr weit Sehr richtig Ich weiß, wo die Höhle ist Gucken wir jetzt direkt in die Höhle gehen Ohne Nexokampf erstmal Darin wird sich auf jeden Fall Unser zweites nächste Mal schon entwickeln Der Verbrechen muss in der Nähe sein Macht euch keine Sorgen Kinder Wenn wir finden, werden wir ihn vornehmen Wir haben bereits einen Aufseher besiegt Wir sind halt echt gut Wir sind echt gut Okay, wir sind selber durch die Höhle laufen Das heißt Unser Nexomon wird sich gleich entwickeln Genau jetzt Entwickelt sich unser Nexomon weiter Selbst die IP, die wir kriegen sollten reichen Ja Seid ihr bereit für das zweite Nexomon Entwicklung? Aber ich bin gespannt Ich habe extra hart trainiert zwischen den Folgen Dass ich euch das hier präsentieren kann Also wenn euch diese Folge gefallen Lasst schon mal ein Like da Auch gerne ein Like für das Intro Und haut mal in die Kommentare Was sagt ihr zu den Weiterentwicklungen? Okay, der halt jetzt einen Finger hoch Nein, 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 nein Hast du den Finger oben, wird man dich loben Wie, sieht gar nicht schlecht aus Wohl bad Sieg gar nicht schlecht Der entwickelt sich dann auch Wahrscheinlich logischerweise Auf dem nächsten Level wieder andere auf 32 Wenn jetzt aber erstmal mit dem Pferdchen weiter kämpfen Und uns die dritte Entwicklung Für nachher noch aufsparen Wahrscheinlich eh dann gleich im Kampf dann Da ist der Dieb Hat sich ein bisschen erschreckt, glaube ich Wer hat dich? Du bist umstellt Alles klar, Dieb Ergib dich Wer bist du? Ich bin Spezialagent Bryce Ein nexo guard Nexo guard hat sich cool Ein besseres polizist Gibt es gestolene dinge raus Niemals Er hat anscheinend nexomon geklaut Und hat damit eine unbesiegbare armee Sagt er Er sieht übrigens verdammt lustig aus Und er hat vier nexomon Ui Wir haben glaube ich gerade die Weihentwicklung der maus gesehen Das wird die Weihentwicklung der maus sein Krass So wird die Weihentwicklung aussehen Das ist so echt nicht schlecht Nein, ist weg damit Nächster Ui Er hat verdammt viel Leben 66 auf level 9 Was ist der für Monster Oft haben die Gegner ja Weiterentwickelte Monster Auf einer niedrigeren Stufe Als es möglich ist Ist mir auch schon aufgefallen Auch noch besiegt Oh ein Krokodil Hätten wir dich haben Nein, das Pferdchen Das ist ein Wasser Das heißt, wir nutzen jetzt unsere Kitty Und geben ihm einen schönen Stromschlag 61 Und diese Katze wird sich jetzt wahrscheinlich Nach dem Kampf entwickeln Dann haben wir alle drei Entwicklungen dieser Folge gesehen Mega nice Und dann geht's los zum Aufseher Wir wollen zum Arenaleiter Ist das ein Pelikan? Macht er gerade doppelteam? Oh, oh, der macht doppelteam Oh, die Blitze von Kätzchen Hat gereicht Noch immer unschlüssig wegen dem Team Und da ist das Kätzchen level 14 Das heißt, es entwickelt sich Nun unser drittes nextemon in dieser Folge Und er hat Elektrostatischer Schock gelernt Oh, damit kann man Gegner paralysieren Entwicklern, Leute Boah, ich freue mich Das Spiel macht wirklich Spaß Wie gesagt, schreibt gerne die Kommentare Was haltet ihr von diesen drei Entwicklungen Also vom Endergebnis, wie sie aussehen Die nächste Entwicklung Dann als Stufe 32 Wenn man sich auch ansehen Oh, ich glaube, der wird cool Ja, der wird cool Und dann mal sehen, welche nextemon Wir in der nächsten Folge entwickeln Oder beziehungsweise welche Weiterentwicklung wir fangen können Uh, ja, die sind cool aus Akka Heißt er nun Akka Der sind cool aus, oh Kann man machen Na, nicht besiegt Meine nextemon Zuerst einmal, das sind nicht deine Nun gibt es zurück Dieses Stück Müll Oh, sie lässt sich jetzt hinter dem Beutel Und kommt wie geil Interacom erhalten Cool Hey Aber abgehauen Zumindest haben wir das intercom Selbst zurück Schnell zurück Zum aufseher Bruce Gehen wir bitte automatisch zurück Nein Oh Gott Ich muss echt zurücklaufen Welches nächste Man setzt man Erster stelle Es sollten mal Unseren Hund leveln Der ist ja auch ziemlich geil Wie gesagt Ich werde mal sehen Ich kann auf jeden Fall wieder nächste Folge Weiterentwicklungen machen Die Frage ist ja nur Wie weit Macht das Oft Sinn Wenn man vielleicht ja auch Bald schon Weiterentwicklungen fahren kann So wie den hier Haben wir auch schon gefangen Ich beiß mal zu Oh Der Wolf ist halt erst level 10 Man spürt es schon Dass unser Frulf Noch schwach ist Aber er ist mega selten Und er sieht verdammt cool aus Aber ich bin doch echt gehypt Ich muss mal kurz die Schlange einsetzen Unseren neuen Shenlong sozusagen Wir wechseln mal Unseren Shenlong rein Weil im Kampf ansehen wie er so aussieht von hinten Na ja also der drache sieht auf jeden fall viel besser aus als vorher oder es sind schon mächtiger aber mir gefällt er echt gut und er kann jetzt verdammt viel one hiten der macht es extrem Und wenn man schauen Wieso wenn ja ein bisschen sagen zu einem Wieser knospen entwickelt und so weiter oder klimander zu Durag merkt er den großen unterschied was freut mich gerade echt sehr Man zurück zum aufseher Ich hoffe wir schaffen es noch den auch noch zu besiegen in dieser folge Also jetzt quasi drei entwicklen hatten und einen arena leiter besiegt haben Weil wir suchen allen kämpfen hier auszuweichen So gut es geht ja Sieht gut aus Da steht mit dem weg Wenn wir erstmal zurück zum pokémon center Unsere nexamon heilen Ich hoffe halt echt euch hat das intro gefallen Die intros die ich habe sehr viele intros auf meinem kanal gemacht Und Das war verdammt viel aber Was haben wir noch hier Könnten wir mal ein bisschen durch wechseln auch nachher Ihr seht ich kann noch sehr viel entwickeln Ich glaube den nasenbär hat mir letzte folge gar nicht da Da habe ich auch gefangen Und ja wir sind ich kann noch so viel entwickeln Mal sehen was wir als nächstes machen Aber jetzt gehen wir erstmal los Und ja versuchen noch den arena leiter Unbelicht zu besiegen Falls wir jetzt überhaupt gegen kämpfen müssen Weil wir eigentlich seinen nexamon schon besiegt haben Gerade oder Sehe ich das richtig? Wann das seine nexamon? Da hoch Wir haben deinen dingsbums Wir haben es Erfreut sich Bleibt zurück Was geht hier? Hä? Was ist das ein Engel? So so Hallo Kids Was ist das? Bitte lass es keinen Champions sein Das sieht echt cool aus Seht her Ich bin Nadine Der Champion des Windes Okay Es sieht so aus Als würden sich ein paar Ratten Gegen den nexamon verschwören Ich bringe heute eine gerechte Strafe Oh oh Das ist ein Windchampion Okay Wir haben den Feuerchampion gesehen Jetzt haben wir den Windchampion gesehen Ich habe gehört das mit Iban angestellt Hast kleines Kind Nicht schlecht Wirklich Aber ich bin nicht annähernd so gnädig wie Fenrir Remus Mach sie fertig Muss uns der Remus Muss uns der Arenaleiter jetzt unbedingt besiegen Wie du befiehlst Lady Nadine Bereite dich vor Hey wir sind vorbereitet Wir haben gerade drei nexamon entwickelt Wir werden dir so hart was zeigen was wir können so richtig von hinten Er hat fünf nexamon Sieht man rechts oben leider abgeschnitten Die bälle wie gesagt das spiel ist nicht an meinen diesplan gepasst anscheinend Okay Nein erstmal hat eine rein 60 schaden Und er hat mich schon wieder eine weiterentwicklung auf einem level die wir nicht bekommen können Aber ich glaube unser drache wird das regel Aber sie hat mal die spitzen an den brachen Das ist echt Ein känguru Er sagt Du willst unser krasses nexamon mit einem känguru bekämpfen Unser nexamon Ey du bist du hast sowas von verloren Das fies einfach zu krass Wir haben den drachen Nächster Da Das ist die weite entwicklung von unseren Von unseren von unseren Nashorn Jetzt sehen wir halt auch von vielen die weite entwicklung und können uns fragen wollen wir das haben oder nicht Also ein bisschen viel damit Ich könnte jetzt heilen Und ich sage ich scheiß drauf greift nochmal an und wechsel das nächste man ich glaube ja Wir wollen ja möglichst viele nexamon kämpfe sehen und deswegen lasse ich jetzt erstmal Den kampf wechseln Kann man unser neuer hundchen hier unser neuer fuchs Der mit finger Der wird jetzt hart den verprügeln hoffentlich Ja tschüss Und so weiter entwickelt man sehen schon sehr stark Ui Der ist übrigens auch in meinem intro das monster Ein besonderer das hat echt cool aus Ein versuch mal im haar den rein zu haben 47 Ja Man merkt hat schon unsere Drei neuen entwickelten nexamons sind viel stärker als vorher Es ist kein vergleich Also wir können es jetzt echt mit allen aufnehmen erstmal Oh Dass die bei entwicklung von sind hier ist das auch gesehen Nicht schlecht das alles formal zu sehen So kann man sich entscheiden wie man echt den haben wenn wir hier nicht haben Ich finde es gut jetzt war ich zum beispiel den hier will ich nicht haben Das sind nicht cool Das hat aber echt nicht viel level gebracht Die waren alle zu schwach für uns Ja ja nicht besiegt Ich habe verloren Denkst du ich bin dumm Remus Du hast das kind gewinnen lassen Nein wir waren einfach stark Jeden einzelne von euch auslöschen Der will uns alle töten Ihr müsst weglaufen jetzt Wir können dich nicht einfach zurücklassen Dummköpfe Lauft Ich werde jeden einzelnen von euch ratten von diesem Berg wischen Ihr Kinder lasst mir keine Wahl Adieu Er schubst uns gerade runter Also such deinen Freund wenn du nicht auf Wenn du nicht auch wegfliegen willst Er hat uns gerettet Der zweite Rennleiter hat uns gerettet Vor dieser extrem bösen champion dame Zeig mir was du kannst champion des windes Ich werde diese traurige schicht ein ende setzen Das Spiel ist voll episch Da kann sich Pokémon eine Scheibe davon abschneiden Und dann ist diese Bösartigen Champions Hey du Alles in Ordnung? Ja Ja Uns geht's gut Ich verstehe Also aufseher rufus diese fliegende frau bekämpft Die unruhe scheint sich gelegt zu haben Nö Die unruhe scheint sich gelegt zu haben Wir sollten uns vielleicht lieber zurück Ich will auch gucken gehen Wir haben den zweiten area leiter sozusagen besiegt Den aufseher bekommen aber hier keine orden Wow Hier wurde alles ausgelöscht Ich glaube Remus ist nicht mehr am leben Das ist also die Kraft der Kämpfer des Nexolords Ja die Champions sind krasse Verteidiger von ihm Wo ist Remus? Es geht ihm wahrscheinlich gut Oh Remus ist der einzige Bändiger der es je geschafft hat den Nexolord im Kampf zu besiegen Was? Immerhin ist er der ehemalige Nexolord Wir haben gerade den ehemaligen Nexolord besiegt Wow Ok wir wollen wissen wer er ist Er ist Spezialagent der Nexogard Eine Organisation die sowohl Menschen als auch Nexomon beschützt Wir glauben dass der Nexolord etwas schreckliches plant Du bist hergekommen in Hoffnung dass Remus dir die verschlüsselte Nachricht des Nexolords zeigt? Ja Warum redest du nicht mit Aufseherin ihrer? Ok wir müssen zum dritten reden Leute Sie lebt in der Nähe von Ignita Vielleicht ist ein Versuch wert Ok wir sollen wir ihr die Nachricht zeigen Wir haben zwei Aufseher besiegt Wir sind also manns genug zum dritten Aufseher zu gehen Ok er geht zurück in sein Hauptquartier Und seine Kameraden werden die Suche nach Remus starten Danke Bryce Wir gehen nach Ignita zum dritten Aufseher Er ging verloren Ohne Remus müssen wir den weiteren Aufseher finden um die Play des Nexolords herauszufinden Nun müssen wir in die Vulkan Stadt Ignita Und den Aufseher des Feuers sprechen Also den Arena Leiter des Feuers Leute Aber Da gehen wir also auf dem wir machen uns in der nächsten Folge natürlich auf den Weg in die Vulkan Stadt Ignita Also wer nichts verpassen wollte Es soll dringend ein Abo da lassen Wie gesagt schreibt gerne in die Kommentare Was haltet ihr von unseren drei coolen neuen Nexomon Entwicklungen? Unsere Drachen und zum Fuchs und unsere Elektro Katze Haut es mir in die Kommentare Ich bin gespannt Wenn euch die Folge gefallen hat Lass gerne ein Lackchen da Bis jetzt beim nächsten Mal Viel Spaß Hau rein Und ciao